Nach Dopp-Leistung gegen Ungarn, diesen Ratschlag hat Nagelsmann für Musiala. Nach einem Traumstart gegen Schottland zeigte die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn eine starke Leistung und errang einen verdienten 2 zu 0 Sieg. Neben Sturmkollege Ilgai Gündon, der zum Spieler des Spiels gekürt wurde, zeigte auch Bayerns Dajamal Musiala eine starke Leistung und erzielte den Treffer zum 1 zu 0. Nationaltrainer Julian Nagelsmann äußerte sich nach dem Schlusspfiff zu dem 21-Jährigen, lobte ihn und gab auch einige Ratschläge. München-Trainer Nagelsmann lobte Musiala nach dem Spiel sehr, er hat nicht nur zwei Tore geschossen, sondern auch in beiden Spielen eine tolle Leistung gezeigt. Für den Gegner ist es schwierig, ihn in jeder Angriffssituation zu verteidigen, aber der Bundestrainer gab dem Bayern-Star folgenden Rat, Nagelsmann fuhr fort, er sollte so spielen. Tünde er irgendwo in Deutschland oder England auf einem Kleinfeld? Für den Nationaltrainer ist es wichtig, dass Musiala weiterhin möglichst entspannt mit seinen Freunden Fußball spielt und konstante Leistungen zeigt. Über die hohen Erwartungen, die an ihn gesetzt werden, sollte der Bayern-Youngster nicht denken, denn Musiala hat in der EM bereits zwei Tore geschossen. Nagelsmann strebt den Gruppensieg an der Nationaltrainer-Sprache auch über die Schweizer Nationalmannschaft, gegen die das DFB-Team am Sonntag im letzten Spiel der Qualifikationsrunde um den ersten Platz kämpfen wird. Laut Nagelsmann brauchen sie auch hier ihre beste Leistung, um ein Signal an andere Teams zu senden. Zuallererst, wenn wir Erster werden, wird das interne und externe Auswirkungen haben. Schon im Achtelfinale sind sie in der Lage, Spanien oder Italien eine Bedrohung zu bereiten, wenn wir in der Gruppe Erster werden, sind sie es. Ist vielleicht kein großer Anwärter. Unbekannt. Abonniert der Ausgabe